Und am 19. zu einem, ja, etwas anderen Video, einem besonderen Video, wie ich finde. Ihr habt euch sicher mitbekommen, der VfB hat einen neuen Partner, was den Online-Auftritt angeht. Seit dem 18. August ist NordVPN Business Partner beim VfB, zu sehen ja unter anderem in den Aufstellungen auf Social Media. Seht ihr das NordVPN-Logo mittlerweile? Ja, und wer meldet sich ein paar Tage nach der Veröffentlichung auch bei mir? NordVPN. Auch ich darf euch mitteilen, dass ich oder wir, besser gesagt mit AFM VfB, nun auch mit NordVPN verpartnert sind. Das zeigt auch, wie weit wir mit diesem Kanal gekommen sind, zusammen auch als VfB-Community. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit von und mit NordVPN. Es wissen aber sicher auch nicht alle, was denn genau ein VPN ist. Ganz kurz gefasst, VPN, vom Wort zu Wort, ein virtuelles, privates Netzwerk. Da klingt schon mal der erste große Vorteil durch von NordVPN. Es gibt über 5.500 Server in 59, damit ihr euch verbinden könnt. Davon alleine mehr als 240 in Deutschland. Verbindet ihr euch mit einem, dann seid ihr erstmal schneller, aber natürlich auch vor allem deutlich sicherer unterwegs. Im Internet gibt es beispielsweise die Bedrohungsschutzfunktion, die dabei hilft. Viren, Tracker und Werbung werden hier blockiert. Wird ja auch immer wichtiger, beim Surfen eben einfach sicher zu sein. Wir beschäftigen uns hier natürlich vor allem mit Fußball und eben dem VfB. Hier kommt ein weiteres starkes Feature von NordVPN dazu. Habt ihr selber schon angesprochen, mit dem man sich, wie gesagt, weltweit verbinden kann. Man kann mit einem Klick seinen virtuellen Standort ändern. Das erlägt natürlich auch das Streamen von Fußball oder spezifischer VfB-Spielen im Ausland. Hatte ja auch erst vor kurzem das Problem, da es sich in London war, dass man eben nicht jeden Streamingdienst dort noch gucken kann, aus Deutschland quasi weg. Gleiches gilt natürlich auch für Serien, Filme und so weiter über andere Streaminganbieter, die nicht in Deutschland verfügbar sind. Einfach ein Klick, anderes Land und ihr könnt diese Sachen anschauen. Und das Schöne auch, das ist hier nicht ein Abo, ein Nutzer oder ein Abo, ein PC. Nee, mit einem NordVPN-Abo könnt ihr bis zu sechs Geräte verbinden. Sehr schönes Ding. Und als Partner habe ich euch hier einen exklusiven Link am Start hier eingeblendet. NordVPN.com-afmvfb. Natürlich auch oben in der Videobeschreibung verlinkt und in den Kommentaren angepinnt. Über diesen gelangt ihr unter anderem zum Angebot mit dem Sicherheitspaket. Habt einen dicken, dicken Rabatt und vier Monate gratis obendrauf und noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Natürlich kommen hier, wie gesagt, keine Mehrkosten auf, sondern eher weniger Kosten auf für euch. Das Einzige, was eben dieser Link bringt oder mir bringt. Ihr könnt mich natürlich damit unterstützen, indem ihr über diesen Link kauft und nicht über den normalen Weg, sage ich mal, von NordVPN. Ein Beispiel hier, wie erschwinglich das auch preislich ist, dass ihr euch im Internet besser schützen könnt, eure Daten besser schützen könnt. Schließt ihr das Standardpaket ab für zwei Jahre. Das Standardpaket zahlt ihr monatlich nur 2,88 Euro. Also checkt NordVPN und das Angebot mal sehr, sehr gerne ab. Videobeschreibung, Kommentare oder selbst einen Tippen. Habt ihr hier eingeblendet. Ich finde es natürlich erstmal überragend, dass wir wirklich von NordVPN angeschrieben wurden. Einfach, weil sie mit dem VfB verpartnert sind und dann auf unseren Kanal aufmerksam geworden sind. Eine sehr, sehr schöne Sache, wo ich mich auch bei euch zu bedanken habe. Damit werden wir natürlich von nun an immer wieder NordVPN, mein Video ist eingebunden sehen. Ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen, da ist kein kostenloses Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.